Also, wir suchen immer noch die Eltern und wieder neue, oder? Das sieht gut aus. Ja, schon. Also, alles wird gut. Alles wird gut. Wunderbar. Ja, ich möchte mal eben die Band vorstellen. Eure Gitarre. Kirby Miller! Dankeschön! Abbas, Larry Ferry! Und, auch sagt so, Larry Baxman! Und Gitarre, Keyboards und Gesang, Rick Baker! Dankeschön! Ja, der nächste Song ist der letzte von uns für heute. Und wir bedanken uns schon mal, dass ihr uns hier zugehört habt. Und wir vier, wir alle, hoffen, wir haben ein bisschen bei uns gefallen. Hat's euch gefallen? Ja! Ja, einfach mal noch, es geht noch ein bisschen weiter hier, genau. Bis 17 Uhr ist es vielleicht noch offen. Da wird aber noch einiges verlost. Da kommt noch ein bisschen was hier auf der Bühne. Bleibt also noch ein bisschen hier. Hier haben wir noch einen Song, einen Song von Chuck Berry. Hier ist Johnny B. Goode. Da, 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 da Musik 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 Musik